Willkommen zurück zu Super Mario Maker. Heute machen wir keinen wirklichen Part, sondern eher ein Verabschiedungsvideo von diesem Let's Play, denn ich hab mich dazu entschlossen, dieses Let's Play hier jetzt zu beenden. Warum? Warum mach ich sowas böses? Ja, ich weiß nicht. Ich hab einfach wieder Lust auf was Neues. Nicht, dass dieses Spiel hier schlecht wäre. Es ist super. Aber wie gesagt, ich hab Lust auf was Neues. Und ich hab auch schon ein neues Let's Play angefangen, das für Super Mario Maker einspringen soll. Für Super Mario Maker einspringen soll, so. Und, ja, dazu sag ich jetzt nicht viel, lasst euch überraschen. Es ist auf jeden Fall ein neues Nintendo Franchise. Und mit neu meine ich, dass es das auf dem Kanal noch nicht gibt. Und ein weiterer Grund, warum ich dieses Let's Play hier jetzt beende, ist, nun ja, es ist in dem Sinne ein endloses Spiel. Das heißt, irgendwann muss ich ja sowieso sagen, so, hier ist jetzt Schluss. Weil sonst würde ich das ja endlos in die Länge ziehen. Und, außerdem weiß ich in den meisten Parts überhaupt nicht, was ich machen soll. Weil, ja, ich hab eigentlich das Wichtigste und das Beste schon gezeigt. Und, so krieg ich jetzt auch keine Level zu geschickt, dass ich jeden Part was zu tun hab. Meistens improvisier ich dann einfach und zeig euch irgendein Trash. Das will ich so jetzt auch nicht machen. Und, deshalb ist hier jetzt Schluss. Sorry, dass ihr jetzt keinen Part bekommen habt, wie ihr ihn erwartet. Aber, freut euch auf das neue Projekt. Das wird bestimmt interessant. Und, bis dann. Ciao.